Musik Heyo Leute und herzlich willkommen zur Nikolaus Folge von Minecraft Christmastown Wuhu Endlich kann es weiter gehen Ja wir haben nichts Weil wir alles in der anderen Dimension Ne wir haben alles hier verloren Fuck Und wir haben kein Eisen Deswegen machen wir zum Nikolaus jetzt einfach das ganze so Äh was ich mir gedacht habe Ich gehe jetzt erstmal auf Beutezug Das heißt ich werde erstmal gucken Wo kann ich denn mir wieder Eisen klauen Dazu gehe ich einfach mal zu extrem verzockt Der hat es nämlich extrem verdient Ne Spaß beiseite Aber ich stelle jetzt jedem so ein Geschenk dann hin Als Nikolausgeschenk So hier 5 Stück Mir selber schenke ich keins Es fällt keinem auf Oh der ein schönes Iglu gebaut Das ist ja voll toll geworden Das ist weiß weiß glaube ich Ne oder Sinus Ne weiß weiß So jetzt gucken wir mal Ob der Gute hier für mich ein bisschen Äh Hier Eisen Sachen hat Einmal hier Eisen zum Anziehen Ich schnappe mir diese da mal Und äh was brauche ich denn noch Haben wir ein Schwert Schadet nicht Äh hat er nicht einfach nur so Eisen Oh Gott Ähm 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 Warum hat er das Eisen nicht an Keine Ahnung Ich weiß es nicht Auf jeden Fall habe ich mir das mal gegönnt Und jetzt gehen wir mal in seinen Iglu und gucken da rein Na so Ah was hat er Mensch das hat er ja richtig schön gebaut Alter das ist ja voll toll hier Mensch da muss ich ihn echt loben Hat er schön gebaut Schreibt mal in die Kommentare wie ihr das ganze findet So 1 2 3 So mehr brauche ich nicht Gut ähm Weil ich brauche nämlich noch Pass auf Ich lege jetzt einfach hier vor sein Haus ein Geschenkchen Hier ein Nikolaus Geschenk Einmal da Dann das hier ist glaube ich von Weißweiß Stell ich eins davor Dort hinten ist es von Sinus Stell ich auch eins davor So warte hier So Hat jeder jetzt ein Geschenk Und da hinten müssten noch Da hinten baut noch jemand Och Mensch wir verteilen jetzt Geschenke Wir sind der Nikolaus So Hopps 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 Wer baut hier Ich weiß nicht Aber ich stelle ein Geschenk davor Und dort hinten baut noch jemand Mensch Der baut ja hier was richtig riesiges Oh 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 Wer wohnt denn da Wer wohnt denn da Egal Ich stelle auch ein Geschenkchen davor So Und äh Dann können wir jetzt wieder Ein bisschen An äh An unserem Haus weiterarbeiten Ich mache mir erstmal eine Spitzhacke Damit ich äh Hier wieder meinen Boden weitermachen kann So Ähm Ja Und dann werde ich mein Haus ein bisschen zieren Mit diesen Kugeln So Da eine hin Da eine hin Dann da eine hin Dann da eine hin Dann da eine hin Dann Dort Dann wieder Äh Zack Äh Was ist da los Warum komme ich da ein Tor Man Machen wir erst so eine Spitzhacke hier Fuck ich habe kein Holz Na Ich habe kein Holz Oh man Oh man Jetzt äh Die einzigste Lösung So Und äh Zack 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 Und So sehr schön Haben wir es Dann äh Baue ich erstmal die Tür hier ab So Und jetzt äh Brauche ich irgendwie Was zum Hochbauen Äh Deswegen fände ich jetzt erstmal hier so ein Weihnachtsbaum Das fällt keinem auf Weil wir da ja genug stehen haben So Genau Machen wir erstmal das So Und dann werde ich mich da hochstecken Weil ich glaube das verschwindet Weil ich nicht nah genug dran war So Einmal da Ja guck Sag ich es doch Ne Und einmal dann da noch die Okay Also ich finde es hübsch Ne So Sehr cooler Weihnachtsschmuck Mein Häuschen Und dann werde ich hier drin Äh In den Ecken Werde ich die machen So Und so Und so Goil Und dann machen wir das ganze noch hier So Ja mein ganzes Essen ist ja auch verschwunden Äh Weil ich in dieser Dimension einfach Weil die Dimension einfach bäh ist Ne So Okay Es wird dunkel Gehen wir doch mal eine Runde schlafen Und ich muss noch was machen Ganz kurz So Sehr schön Gut Dann gehen wir jetzt ganz kurz Wie ich kann nur Nacht schlafen Äh Ne Eigentlich Wisst ihr was Eigentlich sollte man sich Immer ins Bett legen können Ne Und Äh Wenn halt Tag ist Wacht man in der Nacht wieder auf Oder so Irgendwas in der Art Äh Spyby ist auf dem Server Warte mal Hey Habs Erst Jetzt Bem Bemerk XT LOL Hast du Warte Äh Wo ist der denn Hab jetzt erst bemerkt Dass er auf dem Server ist Ne So Äh Packen wir einfach mal Die Setzlinge noch hier hin Und dort Und dort Und äh Da Da oben ist der Stern Oh mein Gott Wir haben einen Stern Oh Gott So Dieser Stern hier Der Dekorative Der kommt Warte mal Kann man den Craften Ne Okay Aus Goldnucket Und Clothstone Äh Okay Schwierig zu Craften Aber ich hab jetzt einen So Den setzen wir Wo setzen wir denn hin Am besten aufs Dach Natürlich So Setzen wir da oben hin Dann mach ich jetzt einfach nochmal Eins Weiter raus Hier Und da oben kommt der Stern Warum kann ich den da nicht hinsetzen Brauche ich da Äh Glätter Dafür Naja egal Das werde ich noch herausfinden Aber es geht auf jeden Fall nicht Das ist doof So Dann äh Gehen wir ein bisschen Äh Cleanstone Oder halt Stone organisieren Dass wir den Boden irgendwann auch mal fertig kriegen Oh mein Gott Ne Äh Hier muss ich Ich grab einfach mal hier rein So Ja geil So Und da Einfach genug Äh So 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 Und so Und so Und so Und so So Ich denke mal Das reicht jetzt erstmal Ich mein Wohl mal halt in mehreren Ladungen Oder so Wow Ich höre Schöpinnen So Zack 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 Wow 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 Mann Ein Zombie Der badet Ein nächtiges Oh Gott Schnell weg hier Schnell einfach nur weg Ich will einfach nur in mein Häusli rein So Ihr könnt mich mal alle kreuzweise So Gut Äh Da haben wir noch genug drin Das heißt Können wir braten Und äh Jo Hab eben Nikolaus Geschenke Verteilt Schau mal Vor deinem Haus So So Äh Jo Äh Ey Das Da hinten Skelett Aha So komm Geht es ein bisschen Schneller Hier Oh Mann Äh Mach es am Sonntag In der gemeinsamen Das ist Nur Ein Geschenk Block Da ist Nichts Drin So Nichts Dieren Genau Da ist nichts Dieren So Egal Ähm Wupp So Und dann können wir das nehmen Und wieder hier hin Pflanzen Eins Zwei Drei Vier So Dann haben wir hier eine richtig gemütliche Hütte Ich hoffe Feuer breitet sich nicht aus Weil dann würde ich irgendwie Ah ne 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 Feuer ist irgendwie eine doofe Idee Würde ich irgendwie ungerne machen Aber Naja Äh Ich kann ja mal nachfragen Ob man Feuer vielleicht ausstellen kann So Schalke Schalke Macht Heute Stuttgart Platz So Äh Zack 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 Wie viel Uhr haben wir Oh Ich muss die Aufnahme jetzt gleich beenden Weil ich gleich weggehe Aber ein bisschen kann ich noch machen Kommt noch zwei Dann noch die Ladung Ähm Pflanze ich hin Wenn ihr mehr Christmastown wollt Oder Beziehungsweise Es kommt ja jeden Tag Wenn ihr Äh Also nur so als kleine Info Ähm Die Einnahmen Von Äh Christmastown Werden gespendet An welche Äh Ja Institution Oder was weiß ich Das weiß ich noch nicht Aber ich hab mir vorgenommen Den Adventskalender Auf meinem Äh Real Life Kanal Und den Adventskalender Auf diesem Kanal hier Werde ich Spenden An Äh Jemanden Also die Einnahmen Davon Und Äh Jo Werden wir dann sehen Und das werde ich euch dann noch sagen An was ich gespendet habe Ansonsten Das war's Bis zum nächsten Mal Und Tschüss Bis zum nächsten Mal Tschüss